Schnittpunkt zweierquadratischer Funktionen bestimmen. Okay, wir haben zwei Funktionen gegeben und wollen hierzu den Schnittpunkt ausrechnen, gucken, ob es überhaupt einen Schnittpunkt gibt. Dafür muss man immer die Bedingung anwenden, beide Funktionen, um die es geht, gleichzusetzen. Okay, da setze ich jetzt ein, f von x ist ja hier oben gegeben und dann g von x ist hier gegeben, Gleichzeichen dazwischen und dann kann es losgehen. Und jetzt sind wir in drei Schritten, alles auf eine Seite bringen, dann zweiter Schritt zusammenfassen und dann dritter Schritt irgendwie nach x freistellen und die Lösung finden. Okay, erster Schritt, alles irgendwie rüberbringen, das mache ich einfach immer auf die linke Seite. So, das heißt also, 3 halbe x² kriege ich hier rechts weg, indem ich minus 3 halbe x² rechne, minus ein Viertel x kriege ich da weg, wenn ich die Gegenoperation hier auch nehme, plus ein Viertel x und dann plus 1 weg mit minus 1. So, das dann alles auf die linke Seite vom Gleicherzeichen bringen, dort verrechnen und dann bekomme ich das hier raus. So, und ab hier, jetzt ist sozusagen zusammengefasst worden und es bleibt jetzt nur noch der letzte Schritt, ich muss irgendwie die Lösung finden, das heißt, ich muss nach x irgendwie freistellen und das gelingt mir, wenn so eine Gleichung hier vollständig ist, also mit Quadratglied, Linearglied und Konstantglied, entweder über die pq-Formel oder über die abc-Formel. Ich nehme jetzt einfach hier mal die pq-Formel. Dafür brauche ich aber eine Normalform bei dieser Gleichung, bedeutet, vor dem x² muss eine 1 stehen. Das ist ja im Moment nicht der Fall, da steht noch ein 1,5. Also muss ich hier die Rechenoperation machen, mal 2, also mit dem Kehrwert quasi mal nehmen, würde bringen 1,5 mal 2, würden sich die 2 entkürzen, das würde 1 überbleiben. Also 1,5 mal 2, ich habe hier eine 1 raus, hier steht ja minus 1 eigentlich vor, minus 1 mal 2 sind minus 2, minus 6 mal 2 sind minus 12 und 0 mal 2 sind 0. So, jetzt habe ich die Gleichung in der sogenannten Normalform, weil vor dem x² nichts steht, also wenn nichts steht, steht da eine 1, die lässt man nur weg. So, jetzt habe ich hier ein p, mein p ist minus 2 und mein q ist minus 12. Und dieses p von minus 2 und q von minus 12 muss ich jetzt in die allgemeine pq-Formel einsetzen, haben wir schon ein paar Mal gemacht, hier die p ist minus 2 und das q hier hinten minus 12. Dann wird ein bisschen gerechnet und es kommt hier eine Diskriminante raus, die ungleich 0 ist und größer als 0. Also 13 ist die Diskriminante unter der Wurzel und immer dann hat man auf jeden Fall schon mal 2 echte Lösungen hier, somit 2 voneinander verschiedene Schnittpunkte. Okay, jetzt hier also der Fall, ich muss ein bisschen rechnen und es wird ein bisschen krumm, also ein bisschen eklig. Wurzel aus 13 sind 3,6056 gerundet, jetzt einfach mal auf 4 Nachkommastellen, um es ein bisschen genau zu halten. Und es entstehen jetzt die Fälle, dass ich einmal 1 minus 3,6056 rechne, da kommt die erste Lösungsstelle raus, nämlich x1, das ist ungefähr minus 2,6056 und die zweite Lösungsstelle ist, wenn ich 1 plus 3,6056 rechne, kommt das hier raus. Das sind jetzt die x-Werte von meinen Schnittpunkten, die hier entstehen. Ich brauche jetzt aber noch die y-Werte, also muss ich diese x-Werte in eine der beiden Funktionen einsetzen. Dabei ist völlig egal, in welche Funktionen. Da gucken wir nochmal ganz kurz auf die Funktionen. Es ist egal, ob du jetzt deine x-Stellen, die du ausgerechnet hast, in die f einsetzt oder die g, weil bei Schnittpunkten haben ja beide Funktionen an diesem Schnittpunkt denselben y-Wert. Insofern ist es egal, in welche du das einsetzt, ich würde immer die leichtere von beiden nehmen. Und hier würde ich also die f empfehlen, da ist ein Bruch weniger drin und so. Nehmen wir die doch mal. Okay, zurück. Das hier sind unsere Stellen, ich will die y-Werte haben, also setze ich diese Stellen in die f ein und rechne die y-Werte aus. So, ist ein bisschen mühsam, ein bisschen tippen, vielleicht mal eine Klammer setzen und so, da darf man nichts falsch machen. Dann kriege ich hier meine y-Werte raus und kann jetzt aus diesen x und den zugehörigen y-Werten, kann ich jetzt meine Schnittpunkte zusammenbauen. Die Schnittpunkte, nehmen wir mal den Schnittpunkt 1, der sich ergibt, setzt sich ja immer zusammen aus dem x-Wert des Schnittpunkts und dem y-Wert des Schnittpunkts. Der x-Wert ist hier oben und der y-Wert, den habe ich gerade ausgerechnet. Und so gibt man die dann zusammen an. Genauso der zweite Schnittpunkt, S2. Hier ist mein x-Wert, den ich ausgerechnet habe. Und hier dann der y-Wert, der sich durch Einsetzen in die Funktion ergeben hat, kommt hier rein. So, sind hier sehr viele Ziffern, weil ich hier immer auf vier Nachkommastellen gerundet habe. Ja, stimmt das denn? Das könnte man jetzt nochmal einmal abgleichen mit einer Skizze, wenigstens so grob. f und g habe ich gezeichnet und der Schnittpunkt 1 liegt hier bei, ja, minus 2,6, passt gut. Und dann hier 11, passt auch ganz gut. So, sieht also gut aus. S2 liegt bei 4,6, passt auch. Und ungefähr hier bei 31, passt auch 31,6. Also habe ich alles richtig gemacht. Das zeigt jetzt hier die Skizze nochmal. Nein, 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 nein Vielen Dank.